Zu den letzten Duellen hier bei den Qualifikationsläufen der Herren, dann geht es gleich wieder weiter mit den Qualifikationslauf Nummer 2 für die Damen, da sind noch 32 Damen mit im Geschäft und im Anschluss werden wir ganz kurz eine Pause machen und dann geht es weiter mit den Damenqualifikationsläufen. Achtung Rutschkommando, Achtung Rutschkommando, 81, das ist Kaczor Lukasch aus Polen, er fährt gegen Bako Matej aus der Slowakei, Matej, Bako aus der Slowakei, 33.63 für Bako Matej aus der Slowakei.